Wesen, die wie sie sind, nennen wir die Klonius. Es sind humanoide Mutanten, also menschlich, aber... Das Ding war kein Mensch. Es gibt zwei Merkwolle, die sie von normalen Menschen unterscheiden. Erstens die beiden paumartigen Ausmüchse am Kopf. Und zweitens ihre zusätzlichen Hände. Du warst das. Du hast es so gemacht. Warum hast du das gemacht? Ich hab gedacht, wir sind Freunde. Klar sind wir Freunde. Was glaubst du denn, warum ich dich sonst am Leben gelassen habe?